Zweiundzwanzigstes Kapitel Der Schatz Sabea reagierte sofort und beugte sich über den Bauplan ihres Hauses. Da muss etwas sein, sagte sie überflüssigerweise und schaute Frau Hull mit großen Augen an. Sie wusste ja nichts über deren Vergangenheit und hatte keine Ahnung, dass sie, 1944, mit 16 Jahren, für kurze Zeit in ihrem Haus angestellt gewesen war. Wir müssen noch einmal in den Keller, sagte sie entschlossen und öffnete die Tür. Sie schauderte, war sie doch eben erst davon überzeugt gewesen, die unterirdischen Gänge nie mehr betreten zu müssen. Frau Hull, Sie warten hier. Dr. Lämmer schaut zu Ihnen, sagte sie bestimmt und überging dessen Gegenwehr. Er wollte seine Sabea nicht mehr aus den Augen verlieren, nie wieder, und protestierte lautstark, als diese die Treppe hinabstieg. Aber gegen ihre Kraft und ihren Willen kam er nicht an. Seufzend öffnete er den Geschirrschrank und füllte für Frau Hull und sich ein Glas Wasser. Aufs Leben, sagte er zur alten Frau, und die beiden prosteten sich zu. Schaudernd starrte Sabea auf den durchgebrochenen, morschen Boden, der in den Abgrund führte. Sie zwängte sich der Wand entlang in den hinteren Bereich des Kellers. Dank ihres guten Orientierungssinns fand sie rasch, was sie suchte, den Vorratsraum mit den Konfitüregläsern. Gleich dahinter befand sich eine weitere Kammer, die sie noch nie betreten hatte. Die Türfalle war unauffällig in einer grau getünchten Holzvertefelung versenkt. Sabea atmete tief durch und drückte auf die Klinke. Die Tür war natürlich verschlossen. Erst in diesem Moment stellte sie fest, dass sich im Kuvert, das Frau Hull zutage befördert hatte, auch noch ein kleiner Schlüssel befand. Sie dankte Gott und der Welt, dass sie das Kuvert ebenfalls mit nach unten genommen hatte. Der kleine Schlüssel passte allerdings nicht, weshalb Sabea wütend gegen die getarnte Tür trat. Einmal. Zweimal. Und noch einmal. Endlich gab die Tür nach. Womöglich waren die Scharniere durch die vielen Erschütterungen der letzten Jahre, als die Gänge ausgehoben worden waren, geschwächt. Sie betrat mit Herzklopfen die muffige, beengende Kammer und fühlte sich unwillkürlich in den Geräteraum versetzt, in dem Martinus sie gefangen gehalten hatte. Sie tastete den Wänden entlang und verfluchte sich, dass sie dieses Mal keine Taschenlampe mitgenommen hatte. Ihre Augen gewöhnten sich aber ans Dunkel, und von der Küche her drang ein schwacher Lichtschimmer nach unten. Wenigstens konnte sie akustisch Kontakt mit Ambrosius aufnehmen, sollte ihr eine Gefahr drohen. Aber ihre Kehle war zugeschnürt. Sie tastete die Wand vor ihr ab, beklopfte sie, so, wie sie es in unzähligen Kriminal- und Psychotrillern gesehen und gelesen hatte. Tatsächlich. Da war eine hohle Stelle, und mit dem kleinen Schlüssel kratzte sie eine unscheinbare Vertiefung frei. Da gab es ein kleines Schloss, und der Schlüssel passte. Hinter einer kleinen rostigen Tür lag das, was sich viele Menschen wünschen, aber nie bekommen, ein Schatz, der an Schönheit alles überstrahlte, was Saber jemals gelesen hatte. Im selben Moment hörte sie einen weit entfernten Knall. Da waren wieder Menschen in den Katakomben. Die drei Chinesen? Doch sie kam nichts zum Überlegen. Ein bedrohliches Grollen folgte, so, als würde in der Ferne ein Wasserfall in die Tiefe stürzen. Dann vernahm sie ein Gurgeln, und dieses Gurgeln kam rasend schnell näher. Dann hörte sie ein menschliches Keuchen. Es war ein dreifaches Keuchen. Die drei Chinesen waren aus ihren Laboruntersuchungen aufgeschreckt worden und hatten das Donnergrollen ebenfalls vernommen. Hinter ihnen bahnte sich das Wasser des Bülwilersees seinen Weg. Es gab also nur die Flucht nach vorn, es galt nun, sich zu retten, das nackte Leben, und die Forschungen würden im Nichts verschwinden. Dr. Hua Wing, ihr Chef, würde die drei einfach abziehen und ihnen in Peking weitere Forschungsaufträge zuweisen. Wenigstens würden sie, auch wenn diese Mission gescheitert war, zu ihren Familien zurückkehren können. Wieselflink kletterten die drei Männer in den Keller, sahen sich kurz um und erklommen die Treppe zur Küche. Dort stand Frau Hull schon bereit. Als hätte sie geahnt, dass weitere Gefahr drohen könnte, hatte sie sich aus der Schublade, in der die Baupläne verborgen gewesen waren, einer Metallkelle bemächtigt. Als sie sah, dass nicht etwa Sabea, sondern ein Mann mit glattem glänzendem Haar die Treppe hochkam, zog sie ihm mit der Kelle eins über. He, sagte Ambrosius empört. Gupi, scheiße, fluchte der Chinese, machte aber den Weg für seine beiden Kollegen frei, während er sich am Kopf rieb. Ambrosius und die drei Wissenschaftler hatten in den Labor und Untersuchungsräumen lange Hand in Hand gearbeitet, und Ambrosius hatte deren konzentrierte Arbeitsweise stets sehr geschätzt. Sie waren sich, schon nur aus sprachlichen Gründen, nicht nahe gekommen, aber die Grüntee- und Kaffeepausen waren immer erholsam gewesen, und das Trio war Ambrosius ebenfalls alles andere als feindlich gesinnt. Sabea ahnte davon aber nichts und musste blitzschnell entscheiden. Nahm sie den funkelnden Schatz an sich, würden ihn die Chinesen ihr allenfalls entreißen, ihr die Tür vor der Nase zuschlagen und sie den gurgelnden Wassermassen überlassen. Zudem würde Ambrosius die drei Männer kaum allein bewältigen können. An Frau Huls Hilfe war nicht zu denken. Lies Sabea den soeben entdeckten Schatz zurück, rettete sie zwar ihr Leben, gab aber Gold, Perlen und Diamanten den Flutenpreis. Würde das Wasser ihr Haus unterspülen, würde es in sich zusammenbrechen und sie war komplett mittellos. Sie sah an sich herunter. So stand sie also da, noch immer mit aufgeschnittenem Pullover, aufgeschnittener Bluse und mit staubgesprinkeltem BH. Sie hätte schreien können. Dann entschied sie sich für das Leben. Behende schlängelte sie sich an den morschen Stellen im Kellerboden vorbei, erklomm die Kellertreppe und tauchte im selben Moment in der Küche auf, als alle fünf, Frau Hull, Ambrosius und die drei Chinesen, friedlich um den Küchentisch herum gruppiert waren. Das Bild wirkte dermaßen bizarr, dass Sabea laut herauslachte. Ihr erstes Lachen seit Tagen. Sie war ja im Grunde eine froh Natur, und bei Lichte betrachtet, hatte sie jetzt alles, ein Haus, einen Mann, den sie begehrte, ihre Lieblingspatientin und drei weitere Männer, die ihr zwar nicht unbedingt sympathisch waren, die sie aber auch nicht als bedrohlich wahrnahm. Dann nahm sie sich zusammen und riss eine weitere Schranktür auf. Da war eine zweite Taschenlampe, ebenfalls nahm sie mehrere große graue Abfallsäcke an sich. Wortlos wandte sie sich um und stieg erneut in die Tiefe. Was zum! sagte Ambrosius und wollte Sabea aufhalten. Diese hatte jedoch die Hälfte der Treppe schon hinter sich, und Ambrosius hatte ihre akute Lebensgefahr noch gar nicht erkannt. Shui, riefen die Chinesen. Wasser! Aber Sabea war verschwunden. Dann dämmerte es auch Ambrosius, welche Gefahr sich in der Tiefe abspielte, denn mittlerweile drang das Donnergrollen und das bedrohliche Gurgeln auch in die Küche. Sabea, verdammt, rief er nach unten, aber sie gab keine Antwort. Verbissen kämpfte sie sich durchs Halbdunkel zur kleinen Kammer, die noch immer offen stand. Sie raffte alles zusammen, was glänzte und füllte ganze drei Abfallsäcke. Um sie allein die Treppe hoch zu hieben, waren sie aber viel zu schwer. Ebenso hatte sie keinen Plan, wie sie sie an den Wassermassen, die bereits ihre Füße umspülten, vorbei zur Küchentreppe schleppen sollte. Dann sah sie Ambrosius, der hilflos am Rand des durchgebrochenen Kellerbodens stand und um sein Gleichgewicht kämpfte. Verlor er es, war das sein sicherer Tod, denn dann würde er vom Wasser in die Katakomben hinabgezogen. Aber seine Liebe zu ihr schien stärker zu sein als sein Sicherheitsbewusstsein. Er riskierte für sie tatsächlich sein Leben. Mit größter Mühe und durch und durch verschwitzt, rollte Sabea die drei prall gefüllten Abfallsäcke der Wand entlang, vorbei an der wassergefüllten Gruft. Einer der Säcke entglitt ihr und entschwand mit einem Plopp im nachtschwarzen Wasser. Gemeinsam mit Ambrosius gelang es ihr aber, die beiden anderen Säcke bis unter die Küchentür zu schleppen. Dort ließen sie sie in einer Nische stehen. Sie wollten nicht Gefahr laufen, dass die drei Chinesen auf das wertvolle Material aufmerksam wurden. Wie sie reagiert hätten, war völlig unklar. Frau Hulfiel Sabea, die mittlerweile aussah wie Sabea, das Kellermonster, wortlos um den Hals. Jetzt war alles egal. Hauptsache, sie hatte ihre geliebte Betreuerin wieder. Ambrosius hätte es nicht zu erklären vermocht, aber in diesem Moment verspürte er unbändige Lust auf Sex. Am liebsten hätte er Sabea noch hier, auf dem Küchentisch, genommen, und die Tatsache, dass das nun wirklich völlig unmöglich war, ließ seine Schläfen erst recht pulsieren. Für diese Frau hätte er sich in brennende Höhlen begeben, hätte sich Raubtieren ausgesetzt, wäre für sie in unbekannte Fluten gestürzt und hätte sie auf Händen bis ans Meer getragen. Er war im Grunde kein Romantiker, sondern ein rational denkender Naturwissenschaftler. Diese Frau stellte sein Leben aber vollkommen auf den Kopf. Er hatte nur noch einen, wenn auch sehr egoistischen Plan, er musste die Chinesen und Frau Hulf loswerden. Die Chinesen konnten seiner Ansicht nach zurück nach Peking, denn hier wurden sie wohl wirklich nicht mehr gebraucht. Frau Hulf hingegen, da verhielt es sich etwas komplizierter. Ambrosius war es sehr wohl bewusst, dass ohne ihn und ohne Sabea im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg in der Zwischenzeit das Chaos ausgebrochen sein musste. Sicher wurden Medikamente verwechselt, möglicherweise hatte Lobo, der Pflegeroboter, weiteres Unheil angerichtet, und Schwester Cassie war bestimmt standhaft, aber am Durchdrehen. Allerdings fragte er sich auch, woher plötzlich das viele Wasser kam. Dann dämmerte es ihm, und er wurde, mitten in der Küche, stockstaff. Der sie. Mit dem Bühlwieler sie war etwas passiert. Wie aber war das Wasser in die unterirdischen Korridore gedrungen? Und wie lange würde es dauern, dass Sabeas Haus unterspült werden und wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen würde? Auch Sabea schwandte, dass ihnen nicht viel Zeit blieb. Möglicherweise war sie das letzte Mal in ihrem Haus. Gefühle, wie sie Ambrosius noch eben erst in seiner unterirdischen Wohnung ergriffen hatten, überschwemmten auch sie. Sie unterdrückte ein Schluchzen, verließ die Küche, ging die Treppe hoch, riss ihren Kleiderschrank auf und legte frische, neue Kleider zurecht. In einen Spiegel mochte sie gar nicht erst blicken. Aber wenigstens konnte sie sich des aufgeschnittenen Pullovers und der Bluse entledigen. Beides erinnerte sie zu stark an diesen ekelhaften Martinus, der nicht einmal davor zurückgeschreckt war, ihren Urin zu trinken. Sie öffnete das Fenster, schüttelte ihr volles Haar aus, streifte ein eng anliegendes gelbes T-Shirt über und fühlte sich sofort viel besser. Irgendwann, und das wusste sie genau, würde sie ausgiebig duschen und sich von einer Abenteurerin in eine richtige Frau zurückverwandeln, und als richtige Frau würde sie endlich ihren Ambrosius bei der Hand nehmen, ihn verführen und ihn ins Nirwana geleiten. Schon nur beim Gedanken bekam sie rote Flecken am Hals, verdrängte ihre Träume aber sofort und ging nach unten. Ambrosius und die Chinesen konnten sich kaum an ihr satt sehen, und Sabea warf stolz den Kopf zurück, wie ein wildes Pferd, das sich niemals bändigen lässt. Dann hörte es auch Sabea. Über das düstere Gurgeln des Wassers unter ihrem Haus legte sich ein weiteres Geräusch, ein verzweifeltes, leidendes Schreien, ein Schreien in tiefster Agonie und Hoffnungslosigkeit. Sie streckte den Kopf aus dem Küchenfenster und wusste sofort, woher die Geräusche kamen, vom Platanenhof, dem Hof von Martinus und dessen Bruder. Martinus war ja tot, mutmaßte Sabea, eingesperrt im unterirdischen Geräteraum. Möglicherweise war aber auch seinem Bruder etwas zugestoßen? Was vom Wind herübergetragen wurde, war das klagende Brüllen verlassener Tiere. Mit ein paar Worten verständigten sich Sabea und Ambrosius. Sie würde den Männern kurz das Haus zeigen, dessen geheimnisvolle Old-Europe-Architektur sie sichtlich interessierte, und er, Ambrosius, würde während dieses Ablenkungsmanövers die beiden Abfallsäcke mit dem Gold, den Juwelen und Perlen in Sicherheit bringen, von Sabeas Haus entfernt, im Märchenwald mit den von Moos überwucherten Stämmen. So geschah es auch, und die ganze Prozedur dauerte nicht länger als eine halbe Stunde. Ambrosius fand eine Stelle mit sehr weichem Boden, die von Gebüsch überwuchert war. Ein perfektes Versteck, um die Schätze auch vor Wind und Wetter zu schützen, obwohl Ambrosius sehr wohl bewusst war, dass weder Regen noch Schnee den Edelmetallen etwas anhaben konnten. Das Laubrascheln in seiner Nähe hörte er in der ganzen Aufregung nicht. Die drei Chinesen waren von Sabeas Haus sehr angetan, aber auch ihnen schwante, dass das Gebäude nicht mehr lange stehen würde. Die Natur würde es sich zurückholen, so, wie es in China an der Tagesordnung war, vor allem seit durch den hereinbrechenden Klimawandel die Überschwemmungen zunahmen und die Stürme nicht nur Autos querstellten, sondern ganze Dächer wegrissen. Lovely Landscape, sagte der vermutlich Älteste der drei, und Sabea realisierte erst in diesem Moment, dass sie sich allenfalls auf Englisch verständigen konnten. Dann war Ambrosius zurück, mit erdverkrusteten Händen, und Sabea wusste sofort, dass er seine Aufgabe erledigt hatte. So, jetzt geht es immer wieder. So, jetzt kann man sich einfach einfach nicht mehr. So, ich glaube, es wurde immer wieder über das Ziel das Signal call nicht gemacht. So, jetzt müssen wir dann wieder ein paar Pfeile machen. So, jetzt geht es meistens ein paar Pfeile. so einfach nicht mehr, wenn ich hierzu kommt.